Hallo liebe Freunde und Freunde der Brettspiele, ich bin André und ihr seid hier bei auf dem Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem Runde Brettspiele und Sammelleidenschaft und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Solo-Let's Play von Akropolis, bei dem ich erst irgendwie kürzlich mitbekommen habe, dass es dafür auch Solo-Regeln gibt und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal dieses schöne Spiel. Passend auch zum sonnigen Wetter sind wir hier im alten Griechenland unterwegs und bauen eine Stadt und das hier wird meine Ausgangsbasis dafür sein. Im Solo-Spiel bauen wir grundsätzlich erstmal auf, als wäre es ein Zwei-Personen-Spiel. Ich habe hier also elf Stapel gemacht mit jeweils drei Plättchen und dann haben wir hier noch vier Plättchen, mit denen es gleich losgehen wird. Ich selber bekomme hier das übliche Startplättchen und ein Marmor-Würfel und ich werde auch Startspieler der ersten Runde sein, deswegen habe ich hier diesen Marker. Hier haben wir noch den Vorrat an weiteren Marmor-Blöcken, die wir aus den Steinbrüchen bekommen können, wenn wir sie überbauen. Erzähle ich euch alles, falls ihr das Spiel noch gar nicht kennt. Und unser Bot-Gegenspieler hat hier auch ein Startplättchen bekommen und auch zwei Marmor-Blöcke. Der Bot wird keine eigene Stadt bauen, sondern er sammelt quasi nur die Plättchen und alles, was da drauf ist, rechnet er am Ende ab, als wenn die Voraussetzungen für die verschiedenen Sachen hier erfüllt werden. Denn es gibt, wie man hier auf dieser Übersichtskarte ganz wunderbar sieht, fünf verschiedene Arten von Vierteln und die passenden Agoras dazu. Und die werden dann Punkte abwerfen. Und wie die das genau machen, das erzähle ich euch einfach im Laufe des Spiels. Wenn ich die selber anbaue, dann kann ich euch das am einfachsten erklären und muss das nicht alles vorweg machen oder habt ihr vielleicht in den ersten paar Zügen schon wieder vergessen, wie vielleicht eine Kaserne zum Beispiel gewertet wird. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon loslegen. Zu Beginn jeder Runde, jetzt in der ersten Runde natürlich mit ein paar ersten Plättchen, werden hier die Plättchen aufgedeckt, die in dieser Runde verfügbar sind. Das ist der sogenannte Bauplatz. Und wir haben immer eine Reihenfolge. Das hier ist jetzt das Plättchen, was uns am nächsten ist. Die hier sind weiter weg. Das erste Plättchen kann ich immer nehmen, ohne irgendwas zusätzlich einzusetzen. Wenn ich Plättchen nehmen will, die weiter hinten liegen, dann muss ich dafür Marmor bezahlen. Und zwar für jedes Plättchen, das ich überspringe, ein Marmor. Das heißt, mit meinem einem Marmor könnte ich aktuell das Gratis nehmen oder das, indem ich hier den Marmor ausgebe. Als Startspieler weiß ich übrigens, ich bin in dieser Runde zweimal dran. Das heißt, ich werde mir eins aussuchen. Dann bekommt der Bot 1 in einem Mehrpersonenspiel oder im Spiel mit Menschen wäre dann halt eine andere Person dran. Und als letztes in der Runde bin ich dann einfach nochmal dran und darf mir noch ein Plättchen nehmen. Insofern kann ich schon mal ein wenig schauen, was hier für mich passen würde. Und ich denke mal, ich werde hier anfangen mit dem hier, weil das wäre gar nicht schlecht. Da ist eine gelbe Agora und hier ist ein gelbes Stadtviertel. Das würde vielleicht ganz gut zusammenpassen. Ah ne, warte, die werde ich sowieso nicht beide kriegen können, weil ich müsste hier schon ein Marmor ausgeben. Und egal, was der Bot nehmen würde, er hat auch bestimmte Regeln dafür, die erkläre ich euch natürlich gleich, käme ich hier nicht dran, weil ich definitiv keinen neuen Marmor bekommen würde. Okay, dann werde ich mir das hier sparen und nehme stattdessen einfach hier dieses vordere Plättchen. Wenn ich ein Plättchen nehme, muss ich das an meine Agora anbauen. Es muss mindestens eine Kante passen, aber ich werde das mal direkt so hier anlegen, denn später darf ich auch noch Plättchen überbauen. Und wenn ich dabei so einen Steinbruch überbaue, dann bekomme ich dafür auch Marmor, den ich dann halt wieder einsetzen kann. Und am Ende des Spiels ist Marmor auch ein Punkt wert. Insofern, Marmor ist immer sehr wertvoll. Das Besondere ist hier noch, wenn ich Marmor ausgebe, bekommt das der Bot. Das heißt, der bekommt Punkte und die Ressourcen, die er vielleicht braucht. Ja, ich habe jetzt aber mein erstes Plättchen hier platziert. Musste dafür nichts bezahlen, kann das also wunderbar behalten. Beim Bot ist es jetzt hier einfach so, er versucht immer das erste Plättchen zu nehmen, auf dem eine Agora zu finden ist. Das sind die mit den Sternen. Und zwar am Ende des Spiels schaut man immer, was habe ich für passende Stadtbezirke und die multipliziert man mit den Sternen, die da drauf zu sehen sind. Soweit die Distrikte halt auf der ersten Ebene sind. Höhergelegene sind dann auch Mehrfachpunkte wert. Das kann also sehr, sehr wertvoll sein. Da weise ich euch dann einfach nochmal darauf hin, wenn wir soweit sind. Aber das nur schon mal generell. Und der Bot möchte halt immer als erstes das günstigste Plättchen quasi für ihn nehmen, wo eine Agora drauf zu sehen ist. Und hier liegt gerade eine vorne dran. Die kann der Bot also gratis nehmen, schnappt er sich also und legt die auf seinen Haufen. Wie gesagt, der Bot baut keine richtige Stadt. Der nimmt sich quasi einfach immer nur die Plättchen. Und ja, am Ende werde ich das dann abrechnen. Aber so kann ich das einfach stapeln, dann bleibt das einigermaßen platzfreundlich. Okay, so jetzt bin ich wieder dran. Und jetzt könnte ich natürlich auch einfach das hier wieder nehmen, weil das für mich kostenlos ist. Und hier wäre auch direkt schon mal ein Tempel drauf, den ich hier mit dieser Agora wunderbar kombinieren könnte. Die müssen nicht nebeneinander liegen. Also wo die Agora liegen, ist völlig egal für die Abrechnung am Ende. Aber die Gebäude müssen halt ihre passenden Voraussetzungen erfüllen. So, ich könnte aber hier auch eins ausgeben, um mir dieses Plättchen zu holen, damit unser Bot nicht hier das Handelsviertel bekommt, diesen Markt. Das sind nämlich die passend für die gelben Agora. Aber ich glaube, ich möchte mir das hier erstmal noch sparen und nehme deswegen dieses Plättchen hier. Und das werde ich hier hinlegen. Dann habe ich jetzt hier nämlich wunderbar einen Bereich, wo ich gleich ein anderes Plättchen drauflegen könnte. Okay, die Runde ist vorbei. Ich gebe den Startspieler-Token an den Bot rüber. Das Plättchen, was jetzt in dieser Runde übrig geblieben ist, das kommt jetzt ganz nach vorne. Und wir schnappen uns einen Stapel und decken den der Reihe nach auf. Hier ist jetzt wieder das vordere Plättchen. Und jetzt darf sich der Bot was aussuchen. Okay, der Bot hat zwei Marmorwürfelchen und er will ja immer am liebsten ein Plättchen mit einer Agora haben. Und in der Reichweite, die er mit seinen zwei Marmorblöcken erreichen kann, liegt hier ein Plättchen mit Agora. Deswegen gibt er zwei Marmor aus und schnappt sich das Plättchen. So, jetzt könnte ich überlegen, was ich mir hier holen möchte. Ich habe ja meinen Marmor noch. Den habe ich, glaube ich, eben aus Versehen weggeräumt. Hier wäre natürlich ein weiterer Tempel. Das würde sich gut kombinieren. Hier ist aber auch einer der seltenen Gärten. Die Gärten haben nämlich den Vorteil, bei denen ist es völlig egal, wo die am Ende liegen. Die werfen immer ihre Punkte ab, solange sie noch zu sehen sind. Bei den Tempeln wiederum muss ich den Tempel komplett umbaut haben. Das heißt, da dürfen keine offenen Kanten mehr drum herum sein. Aktuell ist das hier natürlich noch nicht der Fall. Bei den Kasernen, die müssen am Rande der Stadt liegen. Die müssen also mindestens eine offene Kante nach außen hin haben. Und deswegen, ich glaube, das hier wäre etwas schwierig, das hier tatsächlich gerade so richtig einzubauen. Aber dieses Plättchen würde sich halt auch der Bot schnappen. Naja, gut. Ich bleibe bei meiner Günstigstrategie. Ich werde mir hier dieses Plättchen holen und ich lege das jetzt tatsächlich hier drauf. Wenn ich Plättchen überbauen möchte, also in eine höhere Ebene bauen möchte, muss ich eigentlich nur eins beachten. Ich muss natürlich einen kompletten Untergrund haben. Also, ich kann das hier nicht so über ein freies Feld hängen lassen. Das geht nicht. Und ich muss das neue Plättchen auf mindestens zwei andere Plättchen legen. Ich kann also nicht ein Plättchen einfach komplett überbauen, sondern ich könnte das so machen. Ich könnte das auch so machen. Aber so ist tatsächlich hier auf die drei Steinbrüche zu legen, ist das Beste. Denn für jeden überbauten Steinbruch bekomme ich einen Marmor. Und das macht mich flexibler. Oder es sind am Ende Punkte. Außerdem ist das hier jetzt sehr praktisch, weil für diesen Tempel fehlt jetzt nur noch diese Kante, die bebaut sein muss, damit er Punkte abwirft. Und dieser Tempel ist jetzt auf Ebene 2. Das heißt, der zählt quasi doppelt. Am Ende des Spiels, wenn er Punkte abwirft, macht er zwei mal zwei Punkte, weil ich hier zwei Sterne auf der Agora habe. Dieser Tempel, wenn ich ihn umbaue, der macht quasi nur einmal zwei Punkte. Insofern, nach oben bauen ist immer sehr wertvoll. Und dann kann ich euch gleich noch ein weiteres Stadtviertel erklären. Hier die Wohngebäude. Das sind die blauen. Bei denen zählt am Ende das größte zusammenhängende Gebiet, das ich in meiner Stadt habe. Insofern ist das auch schon mal nett. Hier habe ich ein 2er und ein 1er. Und aktuell einen Stern auf einer blauen Agora. Das heißt, dass wir jetzt gerade zwei Punkte werten, dass wir einen Punkt werten zusammen, sind das dann drei. Ja, und um dann quasi gleich noch das letzte Stadtviertel doch abzuarbeiten. Bei den Handelsvierteln, die wollen niemals nebeneinander liegen, weil die Händler wollen da keine direkte Konkurrenz untereinander haben. Okay. Dann ist wieder der Bot dran. Da keine Agora drin ist, nimmt er einfach das vorderste Plättchen und legt das auf seinen Stapel. So. Es wird wieder neu aufgedeckt und ich bekomme wieder den Startspieler-Token. Hm. Gut. Eine Agora liegt nur ganz dahinten. Und die könnte ich mir holen. Das mache ich aber nicht, weil das Marmor würde ja an den Bot gehen. Und der Bot hat gerade gar kein Marmor. Das heißt, an dieses Plättchen kommt er nicht ran. Das kann er mir nicht wegnehmen. Das heißt, ich kann mir erst etwas anderes nehmen und kann mir das dann für weniger Marmor holen. Das ist doch eine Idee. Und ich würde sagen, ich nehme hier gleich noch das erste, weil das passt hier doch ganz wunderbar hin. Denn diese beiden Tempel, die unterstützen sich jetzt quasi gegenseitig. Falls ich noch eine Agora für Kasernen bekomme, liegt auch diese Kasern hier ganz wunderbar. Ich rücke das hier mal so ein Stück rüber, damit das gut im Bild bleibt. Und ich habe ein weiteres Viertel zum großen Wohnviertel hinzugefügt. Das passt doch gut. Okay. Dann der Bot bekommt das erste, weil er halt an die Agora hinten nicht rankommt. Und ich könnte mir jetzt natürlich das holen, weil das erweitert hier ganz wunderbar das Stadtviertel. Aber in diesem Falle gebe ich mal tatsächlich ein Marmor darüber und hole mir das hier. Denn jetzt sind meine Stadtviertel dann auch gleich, also meine Wohnviertel auch gleich mal ein Punkt Mehrwert pro Feld und Ebene. Das ist doch eine super Sache. Und dann würde ich sagen, bauen wir das hier dran. Denn die Kasernen nebeneinander, das stört die nicht. Die müssen halt nur außen liegen. Aber die beiden Tempel, die haben hier schon mal ein paar weitere Kanten geschlossen und der hier ist sogar komplett umschlossen. Das ist doch nett. Okay. Dann würde ich sagen, das war die Runde. Startspieler Token geht rüber an den Bot. Und wir decken drei neue Plättchen auf. Okay. So. Der Bot hat nur ein Marmor. Das heißt, er kommt hier nicht dran. Das heißt, er nimmt sich einfach das erste Plättchen. Und ich könnte jetzt natürlich das nehmen, ohne groß was einzusetzen. Aber für ein Marmor kriege ich schon das hier. Und da ich auch schon ein paar Handelsviertel habe, ist das doch eine nette Sache. Ja, das mache ich. Ein Marmor geht rüber an den Bot. Und wo baue ich dich denn mal hin? Ich würde sagen, hier. Und dann kann ich mir hier wieder schön eine Ecke bauen, wo ich eine zweite Ebene aufmachen kann. Ja, das machen wir so. So, an das Plättchen kommt der Bot jetzt allerdings ran, gibt ein Marmor dafür aus und hat wieder eine gelbe Agora gesammelt. Und auch einen der wenigen Gärten. Also, ja, bei den Gärten, da werde ich wohl nicht viele Punkte machen. Okay. Gut. Das war der Zug des Bots. Dann fange ich jetzt wieder an. Und zwar mit dieser Auswahl. So. Da ist eine Agora für Gärten. Und Gärten gibt es halt wenig und es gibt auch weniger Agoras dafür. Aber die sind gleich drei Sterne wert. Geben also einen Dreier-Multiplikator. Das ist sehr wertvoll. Ich käme da dran. Da käme aber auch der Bot dran, wenn ich irgendetwas anderes nehme. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber ich würde sagen, ich lasse ihm das. Weil hier hinten komme ich an die Agora für die Kasernen gleich ran. Ja. Okay. Dann lassen wir ihm das. Ich würde fast sagen, ich nehme das hier. Um wieder die Möglichkeit zu haben, ein bisschen höher zu bauen. Ja. Also die Gärten, da wird er mir jede Menge Punkte abnehmen. Aber das nehme ich einfach mal in Kauf. Lege das da hin. So. Der Bot gibt sein Marmor aus und schnappt sich dieses Plättchen mit der grünen Agora. Und ich gebe mein Marmor aus. Also das geht dann an den Bot. Und hole mir dieses Plättchen und lege das hier hin. Das sind nämlich gleich wieder zwei weitere Wertigkeiten hier für meine Stadtviertel. Weil das angrenzend ist. Dieser Tempel funktioniert sofort, weil er komplett umgebaut ist. Also das muss nicht auf der gleichen Ebene sein. Der ist ja hier auf der zweiten Ebene. Und hier sind die meisten Sachen nur auf der ersten Ebene. Das ist aber völlig in Ordnung. Und er ist auf Ebene zwei. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Und wir haben eine Agora hier für die fünf Kasernen, die ich schon habe. Die sind alle nur auf Ebene eins. Und eine Agora auf einer höheren Ebene zu haben, hilft nichts. Das gibt keine zusätzlichen Punkte. Aber das passt doch ganz wunderbar. Okay. So. Dann ist der Bot wieder Startspieler. Es gibt ein paar neue Plättchen. Ach, schade. Da schnappt er sich mit seinem Marmor auch mal direkt die rote Agora hier. Und er wird, ne, da wird er nicht dran kommen, wenn ich kein Marmor einsetze. Dann nehme ich das hier. Baue das hier hin. Habe gleich wieder eine schöne Ecke, um auf die zweite Ebene zu bauen. Das ist doch gut. Und dann nimmt der Bot sich dieses Plättchen hier, weil er hier gerade nicht drankommt. Dann bin ich wieder dran. Ihr seht, das ist eigentlich ein sehr flottes Spiel. Denn es ist nicht super kompliziert, wie das alles funktioniert. So. Und ja, wenn es mir schon gratis vor die Füße gelegt wird, sollte ich ihm, glaube ich, hier diese zweite Agora abnehmen. Denn, auch das sieht man hier übrigens auf dieser Übersichtskarte, wie häufig es bei wie vielen Personen welche Art von Plättchen gibt. Und es gibt drei grüne Agoras bei zwei Personen und sechs Gärten. Und das wäre zumindest eine, die ich ihm schon mal abnehmen kann, weil ich kann hier jederzeit durch den Stapel gucken. Er hat, glaube ich, schon zwei oder drei Gärten. Zwei auf jeden Fall. Also, das sollte ich ihm, glaube ich, nicht auch noch geben. Deswegen werde ich das nehmen. Und ich habe natürlich auch schöne Fläche, um darauf weiter zu bauen. Allerdings, das Plättchen hier wäre natürlich für mich auch super, weil ich habe schon mehrere Tempel hier auf der passenden Ebene. Also, auf Ebene zwei hier und der funktioniert schon, der funktioniert schon, der funktioniert schon fast, der auch schon fast. Weil das Plättchen nimmt sich der Bot auf jeden Fall. Hm. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber ich fürchte, ich fürchte, ich muss ihm das lassen. Weil das Plättchen wäre für ihn jetzt schon sechs Punkte auf jeden Fall wert. Achso, und er bekommt am Ende des Spiels zwei Punkte für jeden Steinbruch. Okay, ich glaube, das ist schon alleine ein gutes Argument, um zu sagen, ich behalte mal dieses Plättchen hier. So, ich verschiebe meine Stadt mal wieder ein bisschen, damit ich die hier noch gut im Bild behalten kann. Und ich schiebe mal den Stapel vom Bot ein wenig in diese Richtung. Ja, dann machen wir das so und dann kann ich hier gleich nochmal schön auf die höhere Ebene bauen. Okay, aber das Plättchen geht an den Bot und ich bin wieder dran. Ich könnte mir jetzt entweder das hier holen, gratis, oder das und gebe ihm ein Marmor. Und ich glaube, das ist mir schon Argument fast genug, es nicht zu tun. Aber ich glaube, tatsächlich mit dem hier kann ich gerade nicht so fürchterlich viel anfangen, weil das würde sich fast nur hier lohnen. Wobei das natürlich auch gut passen würde. Hm. Ja, weil es ist, ja, es ist, es ist, ja, der Bot wird auf jeden Fall das Plättchen als erstes bekommen, weil er gerade kein Marmor hat, wenn ich ihm keins gebe. Hm. Weil hier würde natürlich die Kaserne noch funktionieren, aber das Wohnviertel würde überhaupt nichts bringen, weil halt immer nur das größte Wohngebiet insgesamt zählt. Ich könnte es noch hier hinlegen, um wirklich gleich meine Basis für zwei Zweierebenen quasi zu haben. Mit ganz wunderbar viel Marmor. Das wäre eine Möglichkeit, aber das könnte ich hiermit auch. Und hiermit, hm, wenn ich das, so, das wäre ja so natürlich super für den Tempel, aber ich würde beide Handelsviertel, beide Märkte direkt entwerten. Das wäre ja auch wieder schade. Und so wäre es hier sehr, müsste ich hier wieder was überbauen, um dann auf die dritte Ebene zu bauen, weil das geht natürlich auch, wenn man die Plättchen passend anbaut. Ha. Tja, ich glaube tatsächlich, das hier werde ich dem Bot überlassen müssen. Ja. Denn ich möchte ihm vor allem gerade nicht das Marmor geben, weil er ist nächste Runde zuerst dran. Und dann würde er sich wahrscheinlich wieder eine Agora schnappen können. Dann baue ich das hier hin, um mir hier ein schönes Fundament bereitzulegen. Okay. So, Bot ist wieder Startspieler. Neue Plättchen kommen rein. Und das war, glaube ich, keine schlechte Entscheidung. Er bekommt das hier, weil er kein Marmor hat. Dann schnappe ich mir das hier. Denn hier habe ich eine weitere Agora für die Wohnviertel. Die sollte ich dann auf jeden Fall noch gut ausbauen. Und das könnte ich, ich könnte das natürlich jetzt hier hinlegen. Ja, doch, das wäre, das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee, weil ich bekomme direkt mal Marmor. Und zwar drei Stück. Das ist super. Und ich habe dann hier nochmal Marmorfelder, die ich völlig schadlos überbauen kann, wenn ich hier noch eine dritte Ebene hinbekomme. Okay. So, dann geht allerdings dieses Plättchen an den Bot mit den für ihn sehr wertvollen Steinbrüchen. Und ich schnappe mir dieses Plättchen. Und ja, das baue ich dann auch direkt hier hin. Denn ein Markt auf Ebene 2, ein Garten auf Ebene 2, der ist dafür also schon sechs Punkte wert. Und ich habe hier wunderbar drei Felder mit Steinbrüchen, die ich gleich überbauen kann, wenn ich auf die dritte Ebene baue. Und ich habe natürlich nochmal drei Marmor bekommen, weil ich da drei Steinbrüche überbaut habe. Okay, das sieht doch jetzt mal ganz gut aus. Ich bin noch sehr gespannt, wie es punktetechnisch ausgeht. Ja, dann bin ich wieder... Ach, Quatsch, was erzähle ich denn da? Das kommt gleich erst. Jetzt habe ich gerade noch das letzte Plättchen genommen. Macht aber nichts, ich kann es mir trotzdem gleich nehmen. Ich bin wieder Startspieler, es kommen erstmal neue Plättchen rein. Ah ja, das passiert im Eifer des Gefechts und bei den Temperaturen halt auch mal. Okay, so, ich bin Startspieler. Das heißt, wenn ich jetzt das hier nehmen würde, müsste ich ein Marmor an den Bot zahlen. Und er würde dann das bekommen und da ist noch eine Gartenagora drauf. Das heißt, das mache ich nicht. Ich bleibe tatsächlich dabei, ich schnappe mir dieses Plättchen, lege das dahin, wo ich es auch geplant hatte. Bekomme jetzt die drei Marmor. Und der Bot hat kein Marmor, deswegen nimmt er sich einfach das erste. Da ist aber auch wieder eine lila Agora drauf. Das wäre schön gewesen, die zu haben. Aber das ist dann halt so. Und ja, ich schnappe mir... Ah, ha, 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 ja. Doch, ich schnappe mir dieses Plättchen. Und das brauche ich jetzt aber nicht da hochbauen, weil nichts von dem, was ich da draufbauen könnte, würde mir da gerade helfen. Deswegen lege ich das hier dazu. Da werde ich höchstwahrscheinlich mit diesem... Ja, mit dem Steinbruch werde ich nichts anfangen können. Aber ich habe hier mein Wohnviertel erweitert. Das ist ja auch nicht verkehrt, weil auch das ist schon drei Punkte wert jetzt. Das können wir doch so machen. So, leider wird der Bot dieses Plättchen gleich kriegen mit zwei Steinbrüchen. Das ist für ihn wertvoll und auch der gelben Agora. Aber die grüne Agora ihm nicht zu geben, ist mir gerade wichtiger. Okay, gut. Neue Runde. Bot der Startspieler. Wie gesagt, geht fix. Und ja, dann bekommt er das hier. Er hat keinen Marmor. Ich... Hm. Mir das zu holen, klingt doch auf jeden Fall gut. Der Bot würde sich dann das hier nehmen. Und ich kann mir nächste Runde das holen. Ja, das klingt doch super. Also der Bot ist zum Glück sehr vorhersehbar. Ich nehme mir dieses Plättchen und ich lege das hier hin. Denn dann ist dieser Tempel nämlich auch schon wertungsfähig, weil er komplett umbaut ist. Und ich habe hier vielleicht nochmal eine Möglichkeit, mir ein bisschen Fläche zu bauen, um dort eine zweite Ebene zu errichten. Okay, das Plättchen geht leider an den Bot. Ich glaube, ich riskiere es zu sehr, ihm hier die ganzen Steinbrüche zu überlassen. Aber das werden wir dann gleich sehen, wie das ausgeht. Das Plättchen kommt nach vorne. Ich bin Startspieler in der vorletzten Runde. Und da ist nochmal eine Kasernen-Agora. Aber da sind keine Steinbrüche drauf. Und ja, das hier ist doch super. Und ja, auch wenn es nicht so riesig viel bringt, aber ein Garten auf Ebene 3 mit meinen zwei Agoras, das sind dreimal sechs Punkte. Das ist zu verlockend. Das machen wir. Und da bekomme ich auch drei Marmor. Haha. Okay, das Plättchen geht an den Bot. Ich habe es jetzt wirklich gut hinbekommen, ihm kein Marmor zuzuschanzen. Und ja, ich werde mir doch einfach mal das hier schnappen, einfach damit er das nicht bekommt. Das hier wäre zwar für mich auch nicht verkehrt, aber ja, ich bleibe dabei. Ich nehme das hier und dann legen wir das mal so hin, weil dann kann ich da gleich auch nochmal schön auf die zweite Ebene bauen mit dem letzten Plättchen, das ich gleich noch bekommen werde. Okay, dann ist der Bot das letzte Mal hier Startspieler. Und ja, dann nimmt er sich natürlich das Plättchen, weil er kein Marmor hat. Es sind auch keine Agoras gerade da. Insofern, er würde einfach immer nur das erste nehmen. So, jetzt könnte ich mir mit meinem ganzen Marmor das hier holen und das nochmal in die zweite Ebene legen mit dem Garten. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Denn das wären zwölf Punkte. Aber das hier bekomme ich auch auf Ebene zwei. Das sind dann zweimal vier. Das wären immer noch acht Punkte. Und ich gebe dem Bot nicht einen extra Steinbruch. Ich hätte jetzt natürlich die ganze Zeit gucken können, wie viele Agoras hat er jetzt wo, um dann vielleicht auch zu sagen, okay, das da ist vielleicht für ihn jetzt gar nicht so wertvoll wie das hier. Das lächelt mich schon noch sehr an. Aber wie gesagt, das hier wären zwölf Punkte. Das wären auch immerhin vier Punkte, weil das wäre auch Ebene zwei mal zwei. Das heißt, das sind insgesamt 16. Ich zahle allerdings auch zwei, sind also 14 und die zwei gehen an ihn. Das heißt, de facto sind es dann wieder nur noch zwölf Punkte, die ich eher gewinne. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Könnte man jetzt wahrscheinlich alles ganz detailliert ausrechnen. Aber ich würde sagen, ich gönne ihm das Marmor nicht. Ich lobe den Marmor nicht. Ich lege das hier mit hin. Bekomme nochmal drei Marmor, weil ich da nochmal drei Steinbrüche überbaut habe. Der Bot bekommt dieses Plättchen und das Plättchen, das bleibt einfach übrig. Das letzte Plättchen quasi im Spiel, das bleibt immer übrig. Deswegen, das kann ich schon mal zur Seite räumen. Und auch ein ganzes Marmor hier, denn das Spiel ist vorbei. Das heißt, ich kann den Wertungsblock rausholen und dann schauen wir mal, wie wir hier abgeschnitten haben. Okay, schauen wir mal als erstes bei mir, wie es so gelaufen ist. Und dann haben wir jetzt hier wunderbar für diesen Block, können wir einmal zählen, wie viele Sterne habe ich auf den blauen Agoras. Da habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das multipliziere ich jetzt mit dem Wert meiner blauen Stadtviertel. Da haben wir hier ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben für unser Größtes. Und fünf mal sieben ist 35 Punkte für die Wohnviertel. Genauso machen wir jetzt auch weiter mit den anderen Bezirken. Wir haben nur zwei Sterne bei den Märkten. Wir haben Märkte im Wert von ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die zählen alle, da sind keine anderen Märkte daneben. Das sind also zwölf Punkte für die Märkte. Dann, wir haben zwei Sterne auf den roten Agoras und ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kasernen auf Ebene eins. Also nochmal zwölf Punkte. Bislang ein bisschen dünn, aber jetzt kommen ja noch die Sachen, wo ich glaube ich etwas besser dastehe. Okay, wir haben vier Sterne von den lilafarbenen Agoras und wir haben Tempel im Wert von ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Der hier zählt nicht, weil da habe ich nicht zugebaut. So, vier mal sieben sind dann 28 Punkte. Und dann haben wir noch von den Gärten, haben wir insgesamt sechs Sterne auf den Agoras. Das ist gut. Und wir haben Gärten im Wert von ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, ja. Sechs mal sechs sind 36. Und dann habe ich noch eins, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn Würfelchen an Marmor. Aber tatsächlich, also im Mehrpersonenspiel oder im Spiel mit menschlichen Mitspielern, da behalte ich in der Regel nicht so viel Marmor übrig. Aber dadurch, dass der Marmor sonst immer an den Bot geht, ist das schon gar nicht uninteressant, das halt eben nicht auszugeben. So, und dann schaue ich mal, ich habe hier 35, 47, 59, 67, 87, 93, 123, 135 Punkte, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wenn doch, blende ich euch das ein. Das kann im Heifer des Gefechts bei so einem Video immer mal passieren. Und dann schauen wir jetzt mal, was der Bot so gesammelt hat. Ich habe mich hier für den Bot der mittleren Schwierigkeit entschlossen. Da gibt es drei verschiedene und die rechnen dann unterschiedlich eben ihre Punkte ab. Und der mittelschwere Bot ist Metagenis. Bei dem gilt, alle Viertel von Metagenis liegen in der ersten Ebene. Metagenis erhält für jeden Steinbruch, den er besitzt, zusätzlich zwei Siegpunkte. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Übelste wahrscheinlich und schauen mal, wie viele Steinbrüche er hat. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Und natürlich die drei, mit denen er angefangen hat. Also insgesamt 20. Ich trage ihm das mal hier bei Marmor ein. Das sind nämlich schon mal 40 Punkte für ihn. Das ist schon mal ein Batzen. So, und dann schauen wir mal durch. Was? Ja, ich habe hier oben so ein bisschen Platz. Dann können wir einfach mal seine Plättchen ein bisschen ausbreiten. Dann schauen wir mal als erstes, wie viele blaue Agoras hat er. Ja, ich breite das einfach mal hier so ein bisschen aus, damit wir das sammeln können. Okay, blaue Agoras hat er tatsächlich nur die beiden hier. Okay, das sind also zwei Sterne und er hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf Wohnviertel gesammelt. Genau, und bei ihm zählen alle, als wären sie tatsächlich punktefähig. Das heißt, zwei mal elf sind 22 Punkte. Okay, dann bei den Märkten hat er zwei Agoras, also vier Sterne. Und es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Märkte. Ja, sieben Stück. Vier mal sieben sind 28. Bei den Kasernen hat er eins, zwei, drei von den Agoras, also sechs Sterne. Und er hat eins, zwei, drei, vier, vier Kasernen. Das sind 24 Punkte. Und bei den Tempeln hat er zwei Agoras, also vier Sterne und ein, zwei, drei Tempel. Okay, das sind zwölf Punkte. Und bei den Gärten hat er eine Agora, also drei Sterne und eins, zwei Gärten. Ja, da habe ich ihm sehr wenig zum Glück gelassen. Das sind sechs Punkte. Dann schauen wir mal, was er insgesamt hat. Wir haben 22, wir haben 50, 74, 86, 92, 132 Punkte, wenn ich mich nicht vertan habe. Ja, das ist doch eine ganz knappe Kiste gewesen. Ich muss einmal noch mal kurz nachzählen bei den Märkten. Vielleicht habe ich den gerade übersehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nee, den habe ich gesehen. Dann passt das so. Dann habe ich tatsächlich knapp gegen den Bot gewonnen. Ja, gerade mal drei Punkte bei 135 und 132 Punkten. Das ist wirklich sehr, sehr knapp geworden. Aber ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, es ist insgesamt ganz gut gelaufen. Und tatsächlich dem Bot kein Marmor zu geben, ist, glaube ich, hier sehr, sehr wichtig. Einfach, damit er sich nicht ständig die Agoras schnappen kann und man es natürlich auch viel besser steuern kann. Dadurch, dass man es so gut steuern kann, ist der Bot natürlich auch sehr berechenbar. Aber ja, das ist trotzdem insgesamt, finde ich, hier sehr nett gelöst für das Solospiel. Aber auch hier gilt natürlich, am meisten Spaß macht es natürlich mit anderen Menschen. Ja, aber hat mir viel Spaß gemacht und es ist eigentlich relativ fix gespielt. Ich habe natürlich jetzt auch zwischendurch immer noch ein bisschen was erklärt. Aber ich hoffe, ihr habt schon mal grundsätzlich einen guten Eindruck bekommen, wie Akropolis auch so funktioniert. Es wird in diesem Jahr, also in 2024, wird es auch noch eine Erweiterung geben. Mal schauen, ob es die auch in der deutschen Auflage geben wird. Aber die werde ich mir so oder so auf jeden Fall holen, weil ich finde das wirklich ein schönes, einfaches, aber trotzdem auch sehr nettes Plättchen-Legespiel. Es gibt auch noch eine Punkte-Variante. Da gibt es dann verschiedene Bonis, ein bisschen komplexer dann. Aber auch darüber kann man sich dann nochmal Abwechslung holen. Aber ich mag Akropolis wirklich sehr und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Und falls ihr noch nicht dabei seid, lasst auch gerne ein Abo für den Kanal da. Und bis zum nächsten Video. Folgt mir doch auch gerne mal bei Facebook, Instagram, Axe oder Blue Sky, wo ich regelmäßig zwischen meinen Videos dann eben auch Bilder und weitere Sachen rund um Brettspiele und Sammelleidenschaft poste. Und bis man sich dann hier im nächsten Video oder an anderer Stelle wieder sieht, sage ich bis bald und ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020